Auf dem Balkon tagt die Arbeitsgruppe Weibliche Solidarität. Dafür, dass die eine beim Militär ist, hat die eine grottenschlechte Figur. Ganz schlimm. Die ist richtig verbaut. Also die hat eine ganz schlimme Figur. Der hat so einen Schwabbelarsch. Die ist 22. Die eine aber auch. Die hat jetzt auch dicke Oberschenkel, die Lina. Die eine ist mega dünn und da wackelt alles. Also dünn kann ja jeder sein. Die haben aber alle keine tolle Figur. Und ich finde auch sie im Gesicht. Ich finde mich hübscher im Gesicht als die Lina. Und auch sowas steht Philipp. Tut mir leid. Die eine Militär, die finde ich am schlimmsten im Gesicht. Lina ist langweilig. Einfach ein Dorfmädchen. Große Augen, sieht aus wie ein Fisch. Und die eine Vivi, die sieht halt so ein bisschen verbraucht schon aus, finde ich im Gesicht. Wir sind hübscher als alle. Prima. Das wäre geklärt. Dann braucht ja keine von euch Angst vor Lina zu haben. Ich verliere die ganze Zeit mein Mikro. Kann ich hier irgendwas? Habt ihr das auch so kacken? Sydney kann dir da ganz genau behilflich sein. Ja. Der ist Mikrofonreparateur. Alter, macht sie nicht ernsthaft? Wer? Oh, echt rast aus. Was? Guckt bitte mal zu Sydney. Lässt dich ein kremen von ihm. Alter, ich kotze im Strahl. Alter, ist das ein Gentleman? Das ist ja sehr nett von dir. Alter, das geht gar nicht. Also ehrlich. Kannst du euch hierbleiben, Lina? Ich habe vor fünf Minuten mit der geredet, will die mich verarschen oder was? Was soll das? Was soll das? Ich fühle mich einfach nur verarscht. Ich gehe dann jetzt auch, weil die gebe ich mir jetzt nicht. Sorry, ich bin weg. Die brauchen mir überhaupt nicht mehr in die Augen zu kommen. Also das ist für mich so, das Thema ist durch. Für Lina ist das Thema Sydney allerdings noch nicht ganz durch. Sie steht so heftig auf dich. Die will dich so krass. Ja, aber es ist halt, ich muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich lerne hier genauso jeden kennen, wie du jetzt gerade auch. Und du brauchst dich. Ich möchte nicht, dass du reinkommst und ein schlechtes Gefühl von irgendeinem bekommst. Weißt du, ich scheiße eigentlich auch drauf. Solltest du auch. Ich kill dir. Ich habe für fünf Sekunden mit der Lina gesprochen. Jetzt geht die zu Sydney und lässt sich den Rücken eincremen. Ich spring da ins Gesicht, echt. Ohne Witz, ihr seid hier alle mit denen so dicke. Ich habe mir für euch meinen Arsch aufgerissen. Ich habe mir so einen Arsch aufgerissen und die Alte f*** mich den ganzen Tag. Äh, nein. Wir sind hier in hetero Format. Bis jetzt habt ihr mich harmonisch erlebt, ne? Du weißt schon, dass die Lina sich von Sydney das gerade zubinden lassen hat, ne? Ich f*** die demnächst, ne? Julia, nicht in dieser Sendung. Abonniert den Love Island Channel, aber vergesst dabei die Glocke nicht. Ich f*** die Glocke nicht.